Ich liebe mein Leben. Es gibt nicht so viele Häuser, wo ich schon so viele unterschiedliche Konzerte gespielt habe. Im kleinen Saal habe ich eigentlich weniger gespielt als im großen Saal. Große Säden brauchen ein ganz anderes Fokus im Klang, Vorstellung, Vision. Denn obwohl man spielt auch vor Menschen, die Distanzen spielen eine ganz große Rolle. Also es ist nicht das gleiche zu spielen in einem Saal, die klingt so schön wie die Mozart-Saal, wo man das Gefühl hat, man kann es fast mit einem Mensch wirklich reden. Es ist nicht mehr so nur Klangprojektiv, es ist etwas völlig anderes, es ist mehr fast wie im Theater, würde ich sagen. Auf einer so großen Bühne ist es mehr wie auf der Operbühne. Es ist etwas viel, viel Größeres und Grandioses. Ich glaube auch, dass mein ganzes Konzept überhaupt von meinem Wissen auf der Bühne eine ganz andere Rolle spielt in so einem großen Saal. Ich freue mich sehr, in der Saison 25-25 hier im Konzerthaus Porträt-Künstlerlins zu sein. Ich freue mich sehr, in der Saison 25-25 hier im Konzerthaus Porträt-Künstlerlins zu sein. Ich freue mich sehr, in der Saison 25-25 hier im Konzerthaus rom nouveau. Ich freue mich sehr, in der Saison 23-25 hier im Konzerthaus